Herzlich Willkommen auf Magma, hier bei Trouble in Terrorist Town. Ein neues Magma ist dabei mit Kundran, Maru, Maxi, Fisk, Dalu, Juli, Babuschka, den kennt ihr gar nicht, der ist neu. Nils, Klavostamann und... Team Aqua! Hallo! Hallo! Wer hat sich gestern den Pokémon-Marathon gegeben? Was für ein Ding ist es nicht? Pokémon auf Twitch, Twitch watches Pokémon! Nils, wir passen nicht! Ich und Dalu saßen erstmal zusammen und haben darüber geredet. Mit Riptini! Heißt es nicht Dalu und ich? Nein, der Esel. Oh Gott. Der Esel nennt sich immer zu R aus. Der Esel und damit... Ja, deswegen, oh Gott, warum ist mir das nicht aufgefallen? Nils, weißt du eigentlich nicht, warum du immer nur noch so etwas mit uns rumhängen kannst und dich sonst keiner mag? Wir dulden das, ja. Weil wir dich nicht schlagen können. Eigentlich bezahlt uns deine Mama Geld. Ja, Grandscoff 1, Grandscoff 4... So geil! Die überweist es jeden Monat und kriegst 17 Euro, damit wir mit dir spielen. Kundran, du bist es doch. Scheiße, an dem Ende weiß ich doch noch nie. Kundran würde ich auch nicht. Kack so dahin! Aber jetzt lasst ihr den jetzt auch mal gewinnt werden! Ah, du wolltest mich töten! Hier ist ein Traitor. Wo ist ein Traitor? Ich hab Kundran getötet mit Dalu. Und warum? Ja, Frau Gaming LP, wir lassen ihn gewinnen. Frau Gaming LP. Mein Vornhabe ist gut. Ja, da ist derjenige. Dane, gut. Gut wins. So good, man. Was sagt ihr dazu, dass es jetzt ein Meme weniger gibt? Oh, der wird jetzt ersetzt. Der wird jetzt ersetzt. Ich glaub, wer war's? Hallo, ist der Cockblocker! Johnny! Johnny! War nicht... Ey, Dalu ist es doch! Das Baby war doch von mir Fisk! Ach, das ist der Traitor. Ich glaub, es war Fisk's Baby. Ne, Nils und Kundran haben wir grad'n Baby hier. Wir haben'n Baby zusammen. Ich schieß, wenn du die Tür offen hast, Babuschka! Hier. Triss aber nicht. Nein, ey! Wir haben wieder Leichen, Leute! Und wir dürfen die wieder tragen. Hier, hier ist meine Bar. Oh! Da hinten ist grad weggeflogen. Hier, die wollen doch ihr Babys. Oh, da! Ich schubst das rein, die wollen weg. Nein, ich dachte... Da an einem, der hat die falsch. Da lag ne Leiche. Ey! Du fisk gleich noch ein Baby, ne? Der hat draußen, ja. Vom Zug runtergefallen. Das Baby ist zu schwer, doch. Du kannst das... Baby war zu fett. Bawors! Bawors! Bawors ist hier los, oder was? Bawors! Bawors! Iiii, das Bett hier ist ja ekelhaft. Zeig doch mal deine Sahne, Dalu. Iiiiih! Iiiiih! Dalu, mit welcher Sahne machst du deine Cocktails? Die aufgeschlagene Gäste. Betonung auf Cock. Schenkelklopfer. Das war kein Gold. Was? Mein ist ein Schenkelklopfer. Mein ist ein Schenkelklopfer. Wer wird da gemessert? Komm, gucken. Da oben wurde immer gemessert. Hallo! Guckuck! Willst du dich setzen? Ja, ich komm nicht hoch! Goro! Ist das Goro? Also, wer fisk jetzt einfach erschossen? Goro! Wo bist du? Hier drüben irgendwo. Sorry. Goro ist irgendwo ausgestiegen. Was? In Italy? Nee, Italy hat er nie erreicht. Warum macht er sowas? In Italy. Was ist denn hier mit dem Seil unterwegs, ey? Wabuschka war irgendwo. Wer ist wieder Wabuschka? Mittlerweile ist... Wie viele... Wir haben drei... Ne, vier Trader? Drei Trader? Wie viele sind's? Fünf. Oder nicht, weiß nicht. Ach so! Die Frage, da sind noch viele Leute. Wenn's fünf sind, schießt ich drauf jeden! Weil dann bleibt keiner mehr über! Ey, hier hat jemand so einen Park. Wie viel sind's denn? Wieso ist denn hier das scheiß Seil? Da hat jemand so einen Seil. Warum ist Grans denn schon tot? Der könnte mir das jetzt sagen. Warum ist... Ja, aber... Wir sind alle so... Megfly, was denkst du? Ich bin... Inno. Ja, Inno im Sinne von... Nicht als Detective gekennzeichnet. Also... Ja, ja. Ja, ja. Bist du mit dem Grappling-Hook? Das bist du, das bist du. Okay, das heißt, du hast nicht den Hook. Ne, ne, das ist jemand, also der mich beobachtet. Wahrscheinlich so Marvel. Lass dich nicht verarschen, ich glaub's ist Dalu. Oh, Entschuldigung! Sorry! Ich ergeb' mich. Boah, warum schieß's auf mich? Es muss so sein! Ey, das kann nicht sein! Boah, Liquid! Äh, nicht Liquid! Megfly! Gib mir die Erlaubnis! Es können doch nur die beiden sein! Nein! Ihr müsst es ja, Juli, Fisk oder Liquid! Fisk ist tot! Jetzt schon längst hier auf dem Weg geworden. Fisk ist schon tot, oder wie? Geh' ich von aus, weil der kann doch nicht so lange die Klappe halten! Hast du recht, Amy. Siehst du, jetzt hat er auch was gesagt. Fisk ist halt so schlecht, dem redet ihr immer, wenn irgendwas ist. Warte mal, ich mach' mal einfach eins, zwei, drei Punkte sind noch auf... Ja, im Radar sind noch drei Punkte zu sehen. Das ist Juli. So, ihr beide könnt euch duellieren! Wenn ihr das nicht macht, baller ich euch beide ab! Ja, die ist grad runtergelaufen. Ich muss sagen, wo die ist. Ja! Ich baller euch so beide ab, jetzt! Lass mich die wenigstens zuerst finden, dann hab ich jetzt auch ein paar Sachen gemacht. Nix, ey, du hast die gerade gesehen, oder ist Juli? Dann habt ihr euch die Hand gegeben? Nein, die war direkt in diesem, äh... Park, wo du, äh, in dem Abteil, wo du runter kannst. Ja, du? Ach komm, echt jetzt Liquid? Hast du jetzt Double abgeknallt? Boah, ich hab' mich überhaupt nicht ab. Ich hab' mich überhaupt nicht ab. Und dabei war Kundra Inno, oder? Ne, Kundra war auch später. Ich kann sagen, außerdem hab ich da auch noch nicht abgeknallt. Aber ich find Juli auch nicht mehr. Ne, ne, ne. Hey, ihr habt euch gesehen. Also und Friendship wurde ja auch grad abgefeuert. Was soll ich denn denn sagen, sie hat einer sich... Ihr habt doch Radare, oder so... Warte halt, es sind nur... Radars! Ich seh noch zwei Punkte gerade. Ja, okay wunderbar. Ja, hier ist Juli... Juli ist tot. Und wann es doch nur noch... He, Moment, wer.... und mit der dritte Jawoll! Na endlich! Kundran, Liquid, Achno, Fitter war der dritte. So, pass mal auf, legst mal auf die Waffen weg. Ich muss ja jetzt mal ne kleine Geschichte erzählen. Und zwar, wie Juli mich gerade erwischt hat. Ich habe Kundran erwischt, nachdem er versucht hat, mich zu töten. Es lag nur eine Leiche da. Das war ein Traitor. Die habe ich confirmed. Fünf Sekunden vorher. Dann krieg ich auf einmal ein Baby ab von Juli. Nein, nein, das hat jemand anders geworden. Und du hast dieses Baby von der Traitor-Leiche gelootet. Du kannst es dir nicht selbst gekauft haben. Ich habe kein Baby gehabt. Das kam nicht von dir, das ist ja der Clou. Das kam nicht von mir. Oh, Entschuldigung, dann war die Geschichte sinnlos. Aber steht doch im Chat, wenn ich gekehle. Ne, bei Baby doch nicht, oder? Bestimmt, bei Baby steht... Ich glaube, es war mein Baby. Du bist glaube ich nicht, dass er wen getroffen hat. Bitte? Bittest du? Wer eskaliert hier? Wer ist das? Was piept da? Jambalaya! Wer steht da in der Klasse? Oh nein! Detektiv, oh Gott. Detektiv Kunran, oh Gott. Warum... Julie vs. Trader. Das ist nämlich der Fake-Scanner. Aha. Mit Falscharme Zeit. Ich habe mir keinen Scanner gekauft. Hilfe! Den Nackt-Scanner! Mit Handycam! Deswegen... Ich habe mir den Nackt-Scanner gekauft, deswegen wollte ich das... Nackt-Scanner-Sko! Nackt-Scanner-Sko! Oh Nils! Aus dem Weg! Grants ist es. Meine Güte, ich habe gesagt auch... Okay, Grants ist tot. Runtergefallen. Aber Grants war's. Oh Gott. Fiss ist bei mir. Ja. Hier hinter mir. Ach ja... Das ist wie The Culling... Wer ist denn der Letzte? Ähm... Meine bin ich gehört. Wie? Du bist der Traitor? Ähm... Nein. Ein Babuschka ist es wieder! Ja! De Culling, Junge. Du kannst gar nicht. Erstmal confirm, weil du low bist. Ich glaube schon... Ich glaube schon... Ich glaube schon... Dadurch, dass wir lauter drehen. Er ist so leise. Du... Ich glaube da, los! Du bist immer noch leise. Hier die Leiter. Ha! Wo zum... Geier? Weiß ich selber noch nicht. Rücken mich verstanden. Ich hoffe die ganze Zeit hoch und runter, aber den ganzen Leichen. Ich bin jetzt oben. Wo kommst du? Ja, natürlich. Ich bin jetzt oben auf dem Dach. Auf dem... Wie komm ich denn da? Irgendwo ne Leiter. Ich glaube bei Insekten muss Zäcker der Mitte sein. Ne Leiter. Wie wärs denn runterkommst? Hm? Niemaaals! Verräte ich doch mal nicht da irgendwie... Ja. Das kann durchaus sein. Aber das war die. Da fuck? Ich hab dich aber getroffen mit dem Baby. Du hast abgeprallt. Ja bitte wie bei TheCunnings. Dann hättest du ja gewonnen. Jetzt hast du den Link mitgemacht. Ja, dann wächst ey. Ich war ja immer alleine. Ich war ja immer alleine. Ich war auch immer im Zweier. Irgendwie jetzt geht's immer tot, oder? Bitte? Ich hab durch viele Leute getippelt. Ja, Nils wollte mich am Anfang. Er hat nicht mit der Sword of gerechnet. Ja, ja. Aber du hast doch nur einmal geschossen und dann hast du mich angeguckt wie so'n Dober. Ich hab zweimal... Ich hab zweimal geschossen. Echt? Na, da, 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 ok. Du bist einfach unten in die Ecke. Ach so. Ach so. Ich bin der, wenn ich tot bin, ist es da. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hey, was ist denn hier drinne? Hinter mir! Danos kommt zurück! Auf unserem Baby. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Bitte nicht. Ist weg. Oh nein, 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 nein. Wer ist hier entgegen gekommen? Fisk, Fisk. Dann schieß ihn ab! Fisk! Warte. Es ist Fisk, es ist Fisk. Oh shit. Wo ist er vorne oder hinten? Der muss hier sein. Hier wird geschossen, hier wird geschossen. Direkt unter mir. Hinter dir, Maxi. Ah! Komm, wir überfachen beide Türen. Okay, Conruns. Hinter dir lauert aber einer. Mach doch mal auf. Hinter mir? Ich sag's auch gar nicht. Doch, da ist auch die Krücke. Hä, wo? Ja, wir gucken auf beide Türen. Ist ein Leiche. Ja, wir gucken auf beide Türen. Du hast mich gemeint. Also es muss ja irgendwo sein. In dem hier, ne? Und Danos ist tot. Ja, ja. Irgendjemand ist grad unten reingetragen. Oh, Maro ist Traitor. Und Maro ist Traitor. Und Maro ist Traitor. Maro frei zum Abschluss. Ja, wo ist er denn? Wieso habt ihr eigentlich unterschiedliche Models? Einer von euch ist Traitor. Hm? Da kam grad ein Baby da unten. Das ist Maxi! Warum? Weil du grad ne Disco nach mir geworfen hast. Aber du bist auch weggegangen. Friends? Ja, warte. Da kommt einer. Ich weiß. Wer ist das? Der ist der Traitor. Der hat ne Mel- Lemon in der Hand. Da ist der! Ist dein Weg! Hab ihn! Maro! Put ran! Ja, ich leb noch! Wo kommst du denn her, Kranz? Er hat gesagt, er lebt noch. Er hat mich auch gelogen. Muss doch. Wollt den Dead Ringer haben. Oh, komm dran. Hier ist noch was du gezögert. Weil mir mehr als einer entgegenkommt. Welchen Endur hab ich getötet? Ja. Ich war ja wirklich direkt auf den Fersen. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ah ja, ich dachte du meinst. Das ist dann nur hinter dir. Plötzlich war ich tot. Ja, weil ich von hinten beschossen worden bin. Wahrscheinlich war hinter mir einer. Wahrscheinlich war hinter mir einer. Wahrscheinlich hab ich euch den Rücken beschossen. Achso. Kleiner Weg. So, jetzt. Das war's, Kranz. Das war's, Maro. Jetzt tritt's aber auf den Poppes. Vor allem, als ich dich... Wobei, ja, dann hab ich wahrscheinlich auch dich und Maro getroffen. Wie kann ich denn bei so vielen Leuten immer nur Eno werden? Es spielen so viele Leute. Dalu ist es. Er ist genau hinter mir. Der Shotgun. Hey, Dalu ist es. Ich bin Ice-Knife. Was war das grad für ein Ding? Das war der Random-Sail-Style. Bei Maro. Können wir Dalu jetzt killen? Maxi. Kranz, wir werden beide gescannt. Maxi ist hier. Der sieht das. Kann man den Rettetester nicht aufhalten? Kann man den Rettetester nicht aufhalten? Was, wir werden beide gescannt? Nois. Echt? Kann man den aufhalten, wenn man den Detective tötet? Äh, du kannst Doppelgänger geht manchmal. Wenn du eine andere Identität hast... Wie lange sind die 30 Sekunden hier? Alter. Wie tut ein Maxi? Mann. Wer war grad hier der Cox-Blogger? Du strichst doch mal drauf. Ja, ich sehe das Glückwunsch. Ich töte dich trotzdem. G-N-G. Was? Ich war grad hier drin kacken. Lass mich doch. Jee. Also... Biskus! Geh weg, Fisk! Oh Gott, Goro bei! Und jetzt? Passt du alles? Wer fliegt vom Himmel? Es ist Fisk! Biskus! Er fliegt durch den Himmel. Wo ist Fisk? Fisk kann es nicht schon wieder sein, das ist Dalu. Echt wahr? Nein, da... Obwohl halt doch, Dalu wollte ja nicht... Ja, aber Dalu... Was auf mir? Ha? Das ist so eng! G-Goro! Du hast doch nicht geschossen! Ja, es tut mir leid! Ja, als ob, ey! Es tut ihm... Ey, Dadosch ist es! Der wollte mich hier runter schießen! Da! Juli ist es! Juli ist es wirklich! Da unten war sie, da unten war sie! Hat mir den Rücken geschossen! Doro! Doro! Schon den zweiten, den Goro ausfällt, der sie anschießt! Ja! Also, tut mir leid! Vorsicht! Ich komme raus! Ihr tut mir leid! Rät gleich einen mit! Das ist mit dir? Tut mir leid! Und es ist Dadosch! Hab'nich! Hab'nich gerettet! Ich hab'nich doch gerettet! Ich hab'nich doch gerettet! Ja, ja, ja! Gut, gut! Gut! Ich dachte, er ballert mich jetzt noch ab, ey! Hm! Hm! Und da kommt nächste, der der eh! Der letzte! Ja! Oh, nee! Es ist Liquid! Es ist Liquid! Das habt'n aber schön gemacht, Jungs! Geh' doch mal! Ja! Hör' doch mal auf, hier in den Türen zu stehen! Sonst lässt die Disco einfach nachgeben! Oben drauf, Leute! Oben drauf? Mädel, Leute! Es ist... Discos! Discos! Geh' weg! Geh' rein! Hier muss die Disco hin! Ist er... Ach so! Lauf! Woll' ich in die Richtung! Ich hab' Angst! Wir müssen hier raus! Hier raus? Ich weiß nicht, ob ich grad seine Haxen gesehen hab! Ich hab' Brot hingelegt! Jetzt wo... Wahrscheinlich roh' der gerannt! Oh, nice! Oh, schau! An der Brand ist Sandgranate! Die hat man echt nicht gesehen bei mir! Ich hätte die erschießen sollen Liquid. Ich hab aber gerufen, dass Liquid das ist. Ja, nein, da wusste ich's ja. Aber bis jetzt hab ich alle Runden gewonnen, ne? Ja, aber die Granate kam bei mir echt nicht, ne? Die wurde nicht angezeigt. Das war strange. Die liegt ja auch sehr lange da, die ist ja nicht groß, das ist die Brand, das war ja keine richtige. Ja, aber du hast nichts reingeflogen in den Raum. Liquid ist sich sicher. Das hätte wenigstens nochmal die Tür aufgemacht. Ho, Dalu! Jo! Okay, der ist dann hier jetzt. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alter, das ist was für Gott passiert. Dalu's down, Dalu's down. Dalu's down. Babuschka und die drehen uns hier um und sehen einfach nur, wie Gowu heute geknallt wird. Schmeiß ihn runter. Credits nehmen, Dete. Schmeiß ihn! Danke. Okay. Okay. Gut. Er sollte erstmal die Crates nehmen. Machen wir Gowu auch runter? Nee, er hat er nicht verdient. Okay. Dann legen wir hier hin. Warte mal hier. Er kann ihn ein bisschen die Luft genießen. Atom randaliert. Oh, du hast ihn verloren! Du hast ihn verloren! Du hast ihn verloren! Nein, Koro! Kein Worte, was machst du da? Kommst du da rein? Julian hat sich schon gefreut, dass du rausgefallen bist. Moment, Moment. Geh mal weiter. Oder lass mich durch. Ich hab da nur getötetet. Also Nils durchlassen. Also Nils durchlassen. Ja, aber Buschka ist das jedenfalls. Ich wollte gucken, ob du die Leiche hier gehst. Das Fall ist wahrscheinlich Juli, Nils, Kundran also. Zwei von den drei. Also Decade. Ja, das ist Kundran sowieso ey. Nein, das ist ein Trader-Raum by the way. Aha. Da ging gerade der Random-Damage an. Gott! Nils! Ah! Kann er sich ja weg-teleportieren. Ich weiß gar nicht, wo der Ausgang ist. Irgendwo... Das muss denn der Kundran sein, oder? Wer ist denn alles bei uns hier gewesen? Also Nils ist hier die ganze Zeit gewesen. Ja. Die beiden hier zusammen bleiben. Bleibt zusammen. Ah! Da ist McFly. Oh, shit. Da hab ich irgendwas kaputt gehauen gerade. Ja. Hinten wird irgendwas kaputt geschlagen. Wo ist denn hinten? Naja, der andere sagt. Hier ist Blut ganz viel. Oh Gott! Ich werd sterben. Vielleicht auch nicht. Das ist hier, wo Dalu Goro bei hingerichtet hat. Hier ist Kundran. Von Juli. Ja. Ja, ich hab sie gesehen. Ja, jetzt ist vorbei. Also Nils verfolgt mich schon eine ganze Weile und versucht auch... Hat mich auch versucht von der Kleider zu schubsen. Warum bist du nicht Trader? Da. Weil ich den Dalu getötet habe, Schnuckelsack. Aha. Ah stopp. Ah. Hat er nicht. Ich lebe noch. Hör auf zu lügen, du Drecksack. Also Juli, sie ist auf mich. Juli! Juli ist es. Und da hat uns was. Und dran ist es. Hab sie, hab Juli. Hör ernst. Steht der mit dem Taser vor mir. Fickt euch. Hau drauf. Hahaha. Da muss man einfach schütteln. Da muss man einfach schütteln. So einfach an dem Headshot von der Shotgun stirbst. Nö. Oh. Warte Maro. Setzt euch hin. Ja. Guck mal wie Juli hier sitzt. Hinsetzen. Hinsetzen. Hahaha. Warum taserst du ihn? Warum nicht? Der kriegt dann die Items. Ah. Da fällt die Items. Ja. 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 Wenn man nicht läuft, wird man hinten verdrängt. Ich auch. Ja eben. Oh mein Gott. Wir müssen uns wehren. Nein, nein. Darf ich dich töten? Das ist alles Legend. Aber das war ja eher ein Fiest. Oh. Warum denn nicht? Der Bobo ist, ey. Waffe mach ich ihn fertig. Hier. Lage ich ihm. Zack. Kann er davon. Was? Ah. DJ's Bobo. Das ist echt cool. Warte, 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 warte. Nein, nein. Die Leiche lag hier schon. Ja. Alter. Einer von den Leuten, die hier vorne waren. Goro oder was? Dann war es ja doch Goro. Fisk es hört. Was sollst du überhaupt tun? Weil Dalu mich angehauen hat schon wieder. Ich bin nicht. Es schlingel. Ich bin ganz am anderen Ende des Zuges. Juli ist es. Juli ist es. Juli ist es. Freizeit. Kann mich gar nicht sehen. Dete Befehl Juli. Kann Dalu gar nicht sehen. Sorry. Ey. Ein HP, Jolle. Falsch. Habt ihr Juli? Jetzt ist es. Er haut mich. Nils ist es. Juli habt ihr aber. Diskatenradar. Ich hab gar nicht fest und her gelaufen. Oh Gott. Tischlingel. Diskaten. Vor sind die Stöhne, Kundra. Als ob ey. Als ob. Als ob man dich nicht sehen würde. Vor allem bleiben die Türen auf. Jetzt ziehe die Melone. Zack. So. Der kriegt schon wieder Schaden von dir. Hey. Ich hab den. Hey. Was ist denn hier passiert? Warum ist er tokt? Oh Buschka. Oh warte. DJ Dumbledore. Ich muss ein Passwort drauf machen. Bitte kurz. Ich töten. DJ Dumbledore connected. DJ Dumbledore. Weißt du. Ein YouTuber in einem respektablen Alter hätte sich Fresh Dumbledore genannt. Ja. Ah. Von oben bist du noch so ganz zu jung eigentlich. Hä? Für die 5000. Du bist noch bei dir. Das war von meiner. Oh nein. Schade. Was? Weil ich das Ding auf dem Handy hatte. Ich hab irgendwas angeschoben. Wer war? Hä? Goro? Warst du so auch oder wie? Ja. Rance hat mich offiziell getötet. Warum? Was hab ich gemacht? Du hast mich runtergeschoben. Ja. War das nicht? Ich weiß auch nicht wie du weg bist. Ich hab Konran geholt. Hä? Labern dich. Letzte Runde. Das stand los. Das hat mich getötet. Nee, wir haben Pizza. Ich war doch gar nicht bei dir. Ich war doch hinten bei Juli. Nee. Ja, da war ich auch. Eine Runde noch in der Zuge ist in Italien. Da hab ich dich runtergeschoben? Wir sind alle zu Fact 4 für den Trailer. Das muss ich mir nochmal angucken. Das hat sich mir nicht gefallen, Juli. Ach, Dalu. Ach, Dalu. Ach, Dalu. Ja, Grants. Mach nicht. Es ist immer ein Grants in der Nähe. Sehr gut. Oh Gott. Dau, du darf am Anfang nicht existieren. Grants, Grants ist so safe. Sie hat mich beleidigt. Raus damit. Verlobst. Belebt Juli wieder. Du hast doch jetzt Credits. Ja, ohne Edge, man. Die hat's verdient. Was hast du denn gemacht? Einen Fade? Einen Taser? Wow. 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 Du bist echt ein Held, Fisk. Wow, echt toll. Ich hoffe, du stirbst in dieser Runde noch. Ey, er trägt dich. Oh! Ich hoffe, du stirbst klar. Ich habe ihn gestorben. Jo, Fisk. Bist du schon tot? Los. Ja, Fisk wurde gegen... Jawoll! Ich hätte dich einfach aus dem Fenster halten können. Dann wäre er runtergefallen. Ja, Maxi, warte mal. Wer muss was dazu machen? Nein, wieso? Wieso werft ihr denn raus? Ja, weil er... Ein Spaten ist. Ein Spaten. Was? Da hat irgendjemand was runtergeworfen. Treppe, by the way. Oh, dann war das Kuntran. Ja. Oh, ist Kuntran. Er hat gefurzt. Lauf, Leute. Er hat gepupst. Oh, wo fährt dieser Zug denn hin? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Oh, nein! Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.